Hey, die haben die kaputt gehauen. Siehst du den Norte? Der landet in deinem Arsch, wenn du dich nicht weißt. Was ist denn das für ein behinderter Schrei schon wieder? Ich bin immer noch hinterher, vom Level aus. Das weiß ich gar nicht. Ich hab immer noch einen neuen Level-Abstand. Was soll ich dir da zu sagen? Dann funktioniert mein Ring eigentlich überhaupt noch, wenn ich den nicht nur ich den trage, wusste halt nicht, dass wir beide hinfahren müssen. Da muss man da Effekte gucken, glaub ich. Nee, ich weiß gar nicht, wo wird der überhaupt angezeigt? Er erlangt zusätzliche Erfahrungen, wenn ihr mit einer euch nahestehenden Seele ausseht. Beide Charaktere müssen an der Zeremonie teilgenommen haben, hergestellt von Daniel Okun. Und was? Das ist jetzt von Lya. Ja, ist doch klar, Daniel. Wir haben doch direkt getauscht, du Pisser. Ja, wir müssen ja nur am Anfang hier geheiratet haben. Sehr gut. Das ist ja nicht, dass wir die immer tragen müssen, oder? Also, ich hab schon wieder Rüstung an die mehr mehr Erfahrungspunkte gegeben. Du. 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 zwischen der Geisterschlampe und dem riesigen Fettklopps. Ich kann hier das Knochenzapter benutzen. Wieso ist denn der jetzt tot? Ich bin da hingegangen und hab hier das Knochenzapter an dem Ding hier benutzt. Jetzt ist der irgendwie tot umgefallen. Ich hab das hier eingesetzt, dann wurde dieser Geist irgendwie hier eingesaugt von dir. Okay, bei mir ist jetzt der riesige Fettklopps einfach tot umgefallen, als ich das da eingesetzt hab an dem Ding da. Verdammt. Wenn ich vielleicht machen soll. Ich wollte dich nicht töten. Ich schon. Also sie ist doch dieser Monster geworden. Die haben funktioniert halt, ne? Bei mir ist der riesige einfach grad umgekippt, der wird zum Teufel. Ich hab Entscheidung Nummer 3 genommen. Ich hab keine Ahnung. Ich weiter. Lock dir mal hier hin. Ich hab keine Ahnung. Ich weiter. Lock dir mal hier hin. Das Ding locken. Ja, aber wir müssen ja hier töten, nehm ich an. Wir müssen das Ding locken mit... Nicht. Jetzt war... Warte... Ich hab die einfach da getötet, du Pisser. Ja. Jetzt ist natürlich alles. Ja. Wahrscheinlich weil ich da drin stand. Ja, genau. Jetzt versucht er auch noch sich irgendeinen Credit zu geben. Ich bin der Größte. Ja, aber nicht wortwörtlich sein. Ich bin der allerbeste Mensch der Welt. Ja, sag mal vor so einer Gemeinde von lauter Schwarz. Ja. Ich habe einen Tränen. Ich habe einen Highgrund. Und sie haben auch gemacht. Die Martin Luther Kind da. Ich habe einen Tränen. Ich habe einen Tränen. Oh, jetzt haben wir ihn hier noch. Wir werden schon wieder den Poten. Als du angefangen hast zu porten, hat sich mein Schild aktiviert. Ja, schön zu wissen. Es geht nicht immer nur um deinen Schild. Ja, natürlich. Eine Folge heißt einfach nur der Schild. Wenn es aber gut möglich ist. Ja, der Daniel ist so kreativ bei der Namensvergebung. Irgendwie Vegas und der Schild oder irgendwie so. Ja, die Episode. Ja, der Vegas und der Schild und der Daniel ohne Schild. Du hast ja irgendwelche Morsezeichen, oder? Das ist ja, mit mir Kontakt aufzunehmen gehört. Ja. Warum sprechen? Wenn man es auch mit irgendwelchen Klack-Lauten machen kann. Klack, klack, klack. Was sprach ich denn, viel zu anstrengend, ey. Ja. Klack, 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 klack. Uuuuh, Rentier. irgendwie Unteroffiziere. Wir reden doch nicht mit irgendwelchen Unteroffizieren. Ich besteche dir mit dem Keks. Ich gebe dir doch kein Geld, Alter. Du bist dich gefällst, sonst landet dein Helm in deinem Arsch. Siehst du den Nothar? Der landet in deinem Arsch, wenn du dich nicht gefällst. Der wird in deinem Arsch so oder so sein. No, L-F-8-M-V-N-S-O. Was? Steht doch da. Die Turks, Motherland, L-F-8-M-V-N-S-O. L-F-M-V-N-S-O. Das ist nachher so witzig. Wir müssten einfach irgendwelche... Wir müssten eigentlich auch im Chat irgendwas random reinschreiben. Nock! Auf den Wagen reiten. Oh, ich bin Gruppenverlies. Dann müssen wir aber nicht rein, oder? Dann sind wir tot. Ja, Daniel, wir sind doch jetzt in den Wagen. Wir tun jetzt eine Sekunde länger überleben. Der hat Helden falsch ausgesprochen. Der hat statt halten. Nein. 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 Boah, da steht doch da in dem Ladebildschirm, du bist da. Da steht die Helden. Du hast die Stimmen, die verwirren. Von Tamriel. Ja, genau. Wir sind die Helden. Da sieht man so ein Bild von uns. Warte, willst du mich verarschen? Ich komme hier rein, der fragt schon einer hat, er hat eine Münze. Was, er buche ja? Nein, okay. Ich habe eine Münze zum Flippen. Andersdenkende Krieger. Bitte, lass mich gehen. Ich gehe weg. Ich laufe einfach durch. Irgendwann gehen die schon weg. Ja, genau. So, so. Du stehst da irgendwie, dann scheint mir nicht, als würden die weggehen. Aber ich will ein Held sein. Denn ich will ein Held sein, Held sein. Halt dich an mir fest. Oh, gewohnt, lebe, lebe. Will ich mit dem sprechen, warum ist er verschwunden? Bei mir ist er. Ihr habt ihn angesprochen. War mit dem Gespräch, und er war er weg. Der hat er ausgefunden, wie das Gespräch enden wird. Da hat er sich abgekürzt. Okay, kurz. Okay, kurz.